Hallo, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Politik-Tycoon, äh, Let's Play, einer neuen Staffel-Politik-Tycoon, das heißt, äh, es geht schon alles wieder von vorne los, es ist grauenvoll, warum muss dieser Gernweier schon wieder eine neue Staffel starten, punkt.de Das ist jetzt Staffel, was ist das? Lassen Sie mich mal nachgucken. Staffel 36 sollte es werden. Also eigentlich sollte es Staffel 37 werden, aber da der FDP-Stream ja super funktioniert hat, ist es Staffel 36, habe ich ja schon mal irgendwo erklärt. Ja, wir spielen, wollte Deutschland, natürlich nicht Österreich, das würde an der Folter grenzen. Ich hoffe, das ist halbwegs die Einstellung liberal, vielleicht ein bisschen zu viel, da das hier ja wirtschaftsliberal ist, aber ist egal. Ja, ich habe auch nur einen Politiker gemacht, weil, äh, das liegt nicht nur daran, dass ich sehr faul bin, es liegt auch daran. Das liegt einfach daran, dass ich es einfach affig finde, wenn ich solche kleinen Parteien habe. Warten wir auch nicht dazu, die sind ja sowieso dafür, dass man das alles frei verwenden darf. Ähm, das liegt nicht daran, dass ich, äh, dass ich einfach, äh, ja, sage jetzt ja, ja, ich möchte nicht kleine Parteien machen, aber ich finde es einfach, wie gesagt, affig, dass ich dann einfach hier irgendwie z.B. BIW dann hier so ein dunkle-glause Männchen mache oder so. Das ist dann einfach affig und irgendwie muss man dann ja doch noch Persönlichkeitsrechte wahren. Genau, deswegen machen wir weiter mit der Wahl in Schleswig-Holstein. Wie immer fangen wir hier an. Hier können wir erstmal grob nichts einstellen, alles. Hier habe ich natürlich alles so gelassen wie immer. Ich weiß nicht, ob ich seit der letzten Wahl das alles aktualisiert habe, aber ich gehe einfach mal stark davon aus. Na ja, Thüringen hoffentlich auch. Ja, Thüringen habe ich jetzt nicht ganz so aktualisiert. Moment. Ein Moment. Das, äh, lässt sich aber schnell ändern. Oh, danach gab es keine Wahlen mehr. Doch, Hamburg. Hamburg gab es danach noch. Ja, pff. Ist ja egal. So, und dann, äh, ach ja, richtig. Man kann ja keine, äh, hä 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 hä, man kann ja keine. Ich glaube, deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Man kann keine Minderheitsregierung machen. Ja, wer macht noch mit? Die Union. So, und dann nehmen wir hier natürlich Vodoramelo. Also, ja, die Union hatte ich bestimmt unterstützt. Und Hamburg sieht es da aus. Das machen wir jetzt schnell. Ja, doch, das scheint, als wäre das das aktuelle Ergebnis. Nicht laden. So, ein neues Spiel mit. In 2020. Mit der Volt. Bla, bla, bla. Genau. Da sieht man auch die Parteien, die ich gerade drin habe. Ich habe mich dazu entschieden, die Partei rauszuwerfen aus. Ich glaube, ziemlich bekannten Gründen für mich. Ich habe auch der Volt 250 Mitglieder, glaube ich, gegeben. Äh, ja. Falls da einfach keine Zahl gibt, die ich gefunden habe. Dementsprechend. Habe ich einfach mal so eine Zahl gemacht, die vielleicht im Rahmen des Möglichen liegen könnte. Zumindest für Deutschland. Das sind bestimmt mehr, aber. Also das, was sie. Denke ich mindestens mal haben. So, in Schleswig-Holstein dann. Äh, haben wir in den Umfragen ja schon 0,02%. Werbung können wir uns eh nicht leisten. Wir zahlen jetzt auf jeden Fall erstmal 100.000 auf unser Sparbuch. Wir haben zwar quasi keinen Sparbuchzins, aber ist ja mal. Ist ja, ist ja typisch. Ist ja nichts Neues. Oh, ich würde gerne etwas einzahlen. Ja, so 100.000. Genau. Hm, hm, hm. So, 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 so. So, Schleswig-Holstein in 16 Wochen. Das sieht super aus. War-Kampf-Forschale-Resika-Uner-Neues-Thema-Skandal in der Partei. Wir machen also gar einen einfachen Internet-Auftritt. Und hier, äh, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Wir machen es aber trotzdem. Hätte das ja, ne. Schau. Aber einen einfachen Internet-Auftritt, das kann man sich leisten. Genau, das Grafik-Update ist ja in Version 1.2.1 inzwischen. Soweit ich mich entsinne. Ja. Bald gibt es Version 2.0. Da ist ja gar nicht mehr so viel zu machen. Muss ich diese Buttons hier noch machen? Und irgendwo muss ich auch noch Buttons machen. Ja, irgendwo habe ich gerade vergessen. Aber irgendwo bestimmt. Ja, diese Buttons muss ich machen. Die Zeitungs-Buttons muss ich machen. Ich muss einfach nur noch Buttons machen. So ist es. So, und dann machen wir weiter hier eben in Schleswig-Holstein. Amgröss, der Herr Eibarer. Der Herr Lindner verlässt die FDP. Das heißt, die FDP wurde aufgelöst. Oder wie darf man das verstehen? So schön, wenn man so einen Parteivorsitzenden festlegen könnte. Aber nein. Nein, bloß nicht. Das wäre auch noch so ein schönes Feature. Parteivorsitzendenwahlen. Umfrage Landtagswahl. Schleswig-Holstein. Ja. Ja. In vier Wochen. Genau, 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 genau. Doch, Kati Jung ist tot. Ja. Herr, arme Herr Jung. Wurde wohl, ja. Ist nicht jung gestorben, immerhin. Aber als jung. Okay, er wurde auf brutale Weise ermordet. Das heißt, ja. Bin mal gespannt. Also, Ministerpräsident, Moment, scheiße. Uschi, ne? Uschi. Uschi wird's immer. Er wird immer Uschi. Außer es kommt jetzt mal zur Abwechslung der SPD-Regierung. Aber ich denke, es wird Uschi. Wird sowas von Uschi. Es wird immer Uschi. Früher war es Ilse Aigner. Jetzt wird's immer Uschi. Aber zum Glück ist auch nur der Beginn so durchsichtig. Ja. 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 Aber 50 Verlust pro Dings. Passt schon. Ja. Ja. Die SPD wird nicht regieren. Das wird Uschi. Ja. Peter Dauber! Was ist denn das? Haben die sich mal für übereinander entschieden? Was ist denn das da? Neues Thema. Und Michel Marschink verlässt die Piraten. Ich geh einfach mal davon aus, dass er vorhin noch keine Partei verlassen hat. Und deswegen jetzt die Piraten verlassen hat. Der Name ist schön lang. Vielleicht hätte man einfach nur Damian Böselager nehmen sollen. Aber das wär ja... Wenn wir einfach mal nach den längsten Namen gucken... Na, da ist Böselager auf jeden Fall gut dabei. Ich glaub sogar noch länger als Elisabeth Winkelmeier-Becker. Mhm. Ich glaub, das könnte jetzt der längste Name sein. Doris ist auch kürzer. Na, Böselager ist halt, denke ich, grad schon der Länge. Auch Heidemarie Vizurek Zeul ist nicht so lang. Riagnus Strack-Zimmermann ist ein guter Kandidat. Also irgendwie... Okay. Ja, natürlich. Natürlich. Ich hab nicht gedacht, dass das so lang geschrieben wird. Aber... Ja, anscheinend haben wir... Den Spitzenreiter immer noch hier mit. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Herzlichen Glückwunsch, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger. Ja. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt stolz drauf sein kann, aber... Man sollte immer stolz auf seinen Namen sein. Gut, ey. Ich find, er hört sich schöner an als für manch anderer kurzer Nachname. Ich find allgemein... Lange Nachnamen hören sich wunderbar an. Wenn ich Politiker-Namen erfinde, für McHelestand oder so. Okay. Versuch ich in letzter Zeit eher realistische Namen zu nehmen, aber... An sich mach ich gerne mal etwas sehr lange Namen. Als Beispiel ist... Nicht von mir erfunden, aber die VPM-Politikerin. Moment, die können wir gleich... Kann ich gleich einmal verlesen. Kann ich jetzt hier einmal... Das nebenbei öffnen... Ja. Okay, das dauert ja jetzt eh 30 Jahre, da hab ich ja Zeit. Wurde aber angenommen. So. Momentan, ich glaub, Platzmeisterin. Der VPM. Rückspartei, McHelestand. Richtig. Simone, Elisabeth, Katharina, Elfriede, Johanna, Marianne, Stefanie, Katharina, Laura von Langen-Läuserhausen, Bergen, Merkritzen-Sturmtal, Schloss, die große kleine Prinzessin von Malta, Tochter von Karl I. von Langen-Läuserhausen, Bergen, Merkritzen-Sturmtal, Schloss Malta, ehemaliger König von Malta. Und nein, das ist nicht das reale Malta. Ja. Hm. Naja. Das ist benannt nach dem verehrten Malte von Malte-Mo. Weil der da früher mitgemacht hat bei Merkidistan mit seinem, mit seiner, wie hieß das, anarchistische Partei oder sowas. Ja. Ja. Und da wurde der Name Malta gefestigt. Ich glaub, der stand schon vorher im Raum, aber dadurch wurde er dann endgültig gefestigt. Als Name einer kleinen Insel mit 50.000 Einwohnern. Womit es zum kleinsten Bundesland wurde. Aber ist ja egal. Der Fakt ist nur, dass, äh, ja. Lange Namen, pfff, gefallen mir, wunderbar. Ich weiß nicht, äh, was, was hier die längsten Namen, also, es gibt ja auf Google so einen ganz langen Namen, der kursiert, der zum Teil anscheinend auch richtig sein soll. Mal googeln, längster Name. Vor- und Nachname ist er ein bisschen, ein bisschen lang. Längste Nachname Deutschlands soll aber wohl relativ kurz sein. Wenn man sich auf ein Wort bezieht. Otto vor dem Genschen Felde. Könnte ich mir längeres vorstellen. Da würde ich kreativ werden und, äh, ich könnte da garantiert, äh, ihr Donau-Dampf-Schifffahrts und so weiter, so, oder sowas. Wer weiß. Man kriegt, man kriegt ja alles Sinn. Ein bisschen mal, äh, Werbung in Deutschland. Dann kriegen wir nochmal ein paar Mitglieder. Aber, wir nehmen auch gerne Menschen ohne Glieder natürlich, aber, Mitglieder sind uns natürlich lieber. Da, 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 da. 0,35% in Niedersachsen. Sehr erfreulich. Neues aktuelles Thema. So, und da wird in 19 Wochen der nächste Bundestag gewählt, wo wir nicht einziehen werden. Vielleicht ziehen ja aber die Freien Wähler ein, das werden sie wahrscheinlich aber nicht. Es ist wohl eher wahrscheinlich, dass irgendeine Kleinstpartei rausfliegt. Das heißt, Ligge oder Grüne. Nein, eine der kleineren, größeren Parteien. Um es, äh, politisch korrekt auszudrücken. Ja, wir machen jetzt gerade ein bisschen Gewinn. Ne, da können wir nicht, ne. Kostet einfach zu viel, so eine Parteizeitung. Einkommenssteuersatz bis 1500 Euro. Gesenkt werden. Sehr interessant. Und von der Regierung sogar angenommen. Ist ja mal was, machbar was für die sozial Schwachen. Ist ja mal ein völliges Novum. Boah, hat man den eher Stein in den Weg gelegt. Ich sag nur, Arts4. Sollte man nicht machen. Tipp an alle, die dieses Spiel spielen. Das, was ich gerade gemacht hab, sollte man nicht machen. So. Hat mir auch den Mitgliedsbeitrag gesenkt, aber ich spekuliere darauf, dass wir eine Einser-Beliebtheit-Dings-Da-Bedeutungsstufe kriegen zu der Wahl. Das ist verschoben. Das kann man halt nicht anders machen. Es tut mir leid, aber wenn das zweistellige Zahlen sein sollten. Ich glaub, es sind keine möglich, aber wenn. Naja. Ist egal. Faule Ausrede. Ich find's trotzdem schön so. Hat seinen Charme. Wie der schiefe Turm von Pisa. Hab gerade gelesen, dass Damian Freiherr vom Böselager ein Plagiat ist. Das hat mich ein bisschen verwundert. Gibt ja nur einen Damian Freiherr vom Böselager. Aber das scheint immer noch beliebt zu sein. Da haben wir jetzt aber ordentlich Wahlpauschale bekommen. Das heißt, wir werden ein bisschen Werbung in Bayer machen. Ein bisschen ordentliche Wahlpauschale, hätte ich jetzt aber mal gesagt. Zahlen wir auf jeden Fall gleich noch was aufs Konto ein. Aber erstmal machen wir natürlich ein bisschen Werbung in den etwas kleineren Bundesländern. Damit wir da uns so ein bisschen vorbereiten können. So, McPom noch. Ist nur noch irgendein kleines, was ich vergessen hab. Ich entschuldige mich bei allen kleinen Bundesländern, die ich vergessen hab. Brandenburg noch. Uh, alle Brandenburger werden mich jetzt aufspießen. Ja, ich würde gerne 100.000 einzahlen. Wie sieht man diese neuen Rechtecke? Das heißt, es gibt hier keine Grafikfehler mehr. Das ist eigentlich das Einzige, was die Version 1.2.1 gemacht hat. Denke ich. Ich kann mal kurz in meinen Change-Log gucken, aber ich denke, das ist alles. Ja, wenn ich wüsste, woher ich es, könnte ich das machen. Sagen wir es so. Äh, ja. Moment. Ein Sekündelchen. Mhm. Mhm. Da, hier. Ja. Die Einzige Änderung in Version 1.2.1. Wunderbar, ich weiß. 0,89% in Umfragen, das ist schön. Oh, das ist die Freien Demokraten so, also, ne? Das könnte ja jetzt hier sogar langsam wieder ein realistisches Bundestagswahlergebnis sein. Langsam. Sehr langsam, wenn Corona noch 30 Jahre geht, dann bestimmt. Wobei, ich glaube, dann würden inzwischen, dann würden wirklich alle sagen, dass Bill Gates dahinter steckt und alles. Wobei ja, manche Experten davon ausgehen, dass das länger bleibt, aber die reden nicht über dieses Thema hier. Das ist ja ein ernstfreies Video. Hier geht es nur um Politik. Politik ist doch kein ernstes Thema. Also, wie käme man denn darauf, Politik als ein ernstes Thema zu bezeichnen? Wäre ja Hochfahrrad. Hochfahrrad. Ja. Koko. Koko Nummer 3 in Folge. Ich wette es. It will be grauenvoll. Ein bisschen Hessen muss sein. Und nach Hessen kommt ja auch das Saarland, wenn ich mich recht entsinne. Da haben wir ja schon gute Vorbereitung. Ja, Rot-Rot grüßend ist das Wahrscheinlichste. Das bezweifle ich jetzt aber mal, dass das wird. Ihr habt so viele Politiker, ne? Ach egal. Bundeskanzlerin Katharina Bali, Arbeitsministerin Claudia Roth, Außenministerin Susanne Henning-Welsow, Familienministerin Hannelore Kraft, Finanzministerin Kathrin Göring-Eckardt, Umweltminister Olaf Scholz, Verkehrsminister Cem Özdemir und Verteidigungsminister Christian Ude. Ein interessantes Kabinett. Vor allem mit diesen Leuten hier, die niemand kennt. Haben nicht mal ein Gesicht. Ja, ja. Also, äh. Ach, sind schon über 15 Minuten. Ah, ja, was? Ich habe auch 2 Minuten verschwendet. So ungefähr. Mindestens. Durch den Beginn. Haben wir noch Themen, wo wir noch neutral sind? Nein. Gut. Ja, dann. Dann würde ich Arrivederci sagen und sagen, äh, boah, schön, und sagen, das ist Volt 1. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Bis zur nächsten Folge und tschüss.